Für seine 100 Meter Rücken, Jan-Philipp Lania! Die Zeit ist machbar. Kurzes Nicken, kleines Augenzwinkern, 56,99, er war 90,55, er muss es also einfach nur noch mal abrufen. Dazu ist er hier, da geben wir ihm voll das Vertrauen, volle Unterstützung für die 100 Meter Rücken von Jan-Philipp Lania! Jetzt geht's! Oh! Letzter! Ja, J.P., das ist hier vielleicht nicht der älteste, längste Schwimmer, aber was der Verkraft ins Wasser bringt, das sieht man, dass jeder abends und zwei Meter drauf gewinnt. Das ist nicht überhalten, das ist wirklich die dumme Kraft, die er da ins Wasser bringt. Und jetzt kommt er vor den ersten Punkt, die Durchgangszeiten haben wir ja noch von Marek 26.4. Ein Zehn, das ist ja noch gut, der heißt Marek, was macht er denn jetzt? Jetzt noch mal Feuer hierher. Jetzt bestimmt nicht die 55, die von Marek vor die Nase halten, dass er total ist und wird dann für die 54.99 schwimmen. Oh, 55.05. Die Jungs, die sind ja wirklich flösser, oder? Wahnsinn, auch hier wieder eine halbe Sekunde schneller.